Ich lerne Deutsch. Nummer 15168 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Seit ich die Hühnerhaltung verändert habe, legen die Hühner mehr Eier. Seit ich die Hühnerhaltung verändert habe, legen die Hühner mehr Eier. Mit dem Frühling kommt die Zeit, den Garten mit bunten Blumen zu schmücken. Mit dem Frühling kommt die Zeit, den Garten mit bunten Blumen zu schmücken. Mit dem Frühling kommt die Zeit, den Garten mit bunten Blumen zu schmücken. Bei der Untersuchung der Unfallursache wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Bei der Untersuchung der Unfallursache wurde festgestellt, dass der Fahrer unter Alkoholeinfluss stand. Jeder Mensch hat ein kreatives Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Jeder Mensch hat ein kreatives Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Jeder Mensch hat ein kreatives Potenzial, das nur darauf wartet, entdeckt zu werden. Der Begriff Abbruchreif beschreibt den Zustand eines Gebäudes oder Bauwerks, das so stark beschädigt oder verfallen ist, dass ein Abriss erforderlich oder ratsam ist. Wir trafen uns zuerst in einem Restaurant in München. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Ich bin ein Schloss, die überall auf der Welt verstanden ist. Mathematik ist wie eine Sprache, die überall auf der Welt verstanden wird. Vielen Dank.